Herzlich Willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Jetzt müssten eigentlich alle unsere Monsterchen wieder hier sein, der ist schon wieder fast tot. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ihn direkt auf den ersten hinkriegen. Nein, nein, oh nö, das bringe ich natürlich vorher um. Komm, komm her, komm her, du nimmst jetzt einfach mit, ist mir wurscht. Nehm euch jetzt einfach beide mit, ist mir egal. So, das hat schon mal funktioniert. Und jetzt nehme ich dich. Und du bist tot. Was wahrscheinlich immer noch keine gute Idee war, aber es ist mir jetzt wurscht. Also, komm ich immer noch ruhig. So schön. Au, hier waren wir noch nicht baden. Schau, ein riesen Flop. Komm ich denn da jemals ruhig? Äh, ja. So, jetzt bin ich planlos. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Okay. Also, ich weiß jetzt schon mal, was da ist. Aber hinkommen tue ich immer noch nicht. Hä? Finde ich nicht gut. Okay, okay, okay. Dann probieren wir es jetzt hier rum. Hm. War der ganze Weg wieder umsonst, ist klar. Vielleicht probieren wir es nochmal so. Kann ich den irgendwie triggern da oben? Ah, über den hätte ich mich hochschießen können. Hm. Kommt der wieder? Unser Blob. Wenn ich hier? Das finde ich gut. So gefällt mir das, Leute. So. Du störst mich heute auch nicht mehr bei meinem Aua. Natürlich stört er mich. Was hat die denn gedacht? Komm jetzt. Hol ich mir alle Nebenpunkte wieder zurück. Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Dich habe ich nicht gesehen. Oh, das ist schon wieder total meine Disziplin. So. Oh, nee. So verschwende ich wenigstens nicht zu viele Leben an denen. Oh, da ist ja der schon wieder. Nein, du nervst mich jetzt auch nicht. Ich bin nur deine Punkte. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ich glaube, der Weg ist sicherer. So. Ein paar Lebenspunkte wieder. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt hier ganz hoch. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Ich sehe es kommen. Hey, das war ja wirklich lustig. So. Und jetzt hier. Wie kommt man da rein? Ist mal ohne Witz. Ich will hier rein. Oh, ich habe eine Idee. Hm. Wird nicht gebraucht. Da kann ich also nichts zerstören. Schade. Hm. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich... Da lang. Ich finde es vor allem praktisch, dass mir jetzt diese Kügelchen da überhaupt nichts mehr machen. Ich kann sie ja einfach für mich verwenden. Und speichern wir da hinten nochmal. Und gehen da in diesen Wald. Wo wieder die doofen Raben sind. Yay. Doofen Raben. Oh, nein, nein, nein. Lass mich in Frieden. So. Und zwar müssen wir ja jetzt dann hier weiter. Wir können hier ins Wasser. Oh, das war jetzt richtig blind. Okay, okay, okay. Wir können also hier jetzt weiter. Oh, Menno. Ihr doofen Tierchen. Lass mich doch alle in Frieden. Wasser, lassen Sie mich in Ruhe. Ah, es ist gut. So. So. Nein, 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 nein. Die habe ich schon wieder nicht gesehen. Ist da irgendwas? Ja, natürlich ist da irgendwas. Versteckt sich. So, und jetzt gehen wir da hoch. Speichern. Ach, natürlich. Und hier kann ich speichern. Und die anderen Zonen sind unsichere Zonen, oder wie. Ich fühle mich schon manchmal von dem Spiel sehr verarscht. Ah. Okay, das wird jetzt eng. Das geht nicht. Das überlebt man doch nicht. Habe ich hier gerade gespeichert. Ne, ich habe hier hinten gespeichert. Egal, dann speichern wir hier. So. Ich muss da irgendwie was anderes finden. Hm. Wie kann ich den dauerhafter nach hinten kriegen? Hm. So. Geht's natürlich auch. Man muss einfach nur schnell sein. Das bin ich ja eigentlich sonst nicht. Wo kommt man zurück. Wo kommt man zurück? Okay, zurück will ich ja jetzt noch gar nicht. Oh, das ist cool. Können wir das auch? Hey, ja. Das gefällt mir so. Wo könnte man das öfters machen? Ich weiß noch, wo wir rumgesucht haben, dass wir endlich diese vier dahin gekriegt haben. Oh Gott, das war auch was. So. Oh, da ist nur der tote Fisch. Okay. So, und jetzt. Och, da ist ja noch. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Oh ne, jetzt erwarten uns ja da oben so viele Viecher. Oh nein, 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 oh nein. Ha. Das ist mal geschickt gelöst. So, da rein kommen wir ja immer noch nicht. Beziehungsweise, es bringt uns nichts. Was, wie? Kommen wir jetzt da doch durch? Ne, ich habe nur nicht mehr gesehen. Ich habe mir schon fast gedacht, was? Das ist natürlich mit Doppelsprung auch leichter. So. Oh, ich weiß noch, wie wir da rumgehüpft sind und versucht haben, irgendwas hinzukriegen. Ach, da, durch das sind wir jetzt da. Aha. Das ist gut. War ich hier schon? Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, dass hier diese... Oh Gott. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin so froh, dass hier keine Facecam ist. Hat es mich geschreckt. Himmel, Halleluja, ey. Ach du Scheiße. Schreck des Lebens. Ja. Ich hole dich nicht nochmal, Vögelchen. Keine Angst. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen doof von dir. Aber sagen wir es keinem. Lass mich. Ich will doch nur versuchen, ob du da dagegen fliegen kannst. Hm. Hm. Okay, okay. Das war jetzt doof. Aber wir haben gespeichert, also ist es egal. Wie sollte man denn da jemals hochkommen? Kommt man einmal falsch an, stirbt man. Das ist ja genial. Das ist ja egal. Nein. Oh nö, das habe ich jetzt nicht berechnet. Ähm. Ähm. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Kann ich... Hallo? Darf ich jetzt mal... Warum darf ich gerade nicht navigieren? Egal. Das stört mich gerade wenig. Ich gehe jetzt hier lang. Okay, okay, okay. Ich speichere vorher. Oh nein. Oh nein. Okay. 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 Oh, das ist ja mal cool. Das ist richtig stark. Das gefällt mir. Das kann man machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.